Es gibt noch einen Platz im Ingenieurs-Trainingsprogramm. Jemand, der wie ein Ingenieur denkt, sollte auch Ingenieur sein. Sie können nicht ewig Rechenexpertin bleiben. Mr. Selinski, ich bin eine farbige Frau. Ich werde nicht auf das Unmögliche hoffen. Und ich bin ein polnischer Jude, dessen Eltern im KZ gestorben sind. Und jetzt stehe ich unter einem Raumschiff, das einen Astronauten zu den Sternen bringen wird. Ich frage Sie, wären Sie ein weißer Mann, wünschten Sie sich nicht ein Ingenieur zu werden? Ich müsste es mir nicht wünschen. Ich wäre längst einer.